hey yo zusammen und willkommen zu let's play der herr der ringe die schlacht um die leere 2 aufstieg des hexenkönigs ringkrieg mit den menschen schauen wir mal wo wir hier stehen oh je bonus baumeister ok ja cool stimmt wir sind ja dabei komplett zu gewinnen easy gut der ist ready der ist komplett der hat das ist das schöne er hat genau die armee die ich von ihm möchte dass er hat jetzt gehen wir mal da runter dann können wir da nämlich angreifen das einnehmen das passt hier müssen wir noch ein bisschen schieben das heißt so 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 perfekt obwohl machen wir das mal so ein bisschen schön hier alles ok wirklich ausbilden muss ich ja nicht mehr aber das kann doch nicht schaden ok gut wo habe ich alles wurde mir nach vorne aber doch das geht noch ok so dann 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 wie viel passt denn da rein? oh wow alles fast krass ja so will ich das eigentlich nicht haben brauche ich auch gar nicht ja das muss stehen bleiben ok habe hier hinten ein paar probleme wie ihr seht machen wir das mal so irgendwann hat man halt nur noch schmieden und so ein quatsch ne nur noch nur noch geböllere nur noch produktion 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 null ökonomie einfach nur noch durch produzieren aber gut so ich würde hier gerne an diesem gebäude was bauen ok ja dann greifen wir da weiter an holen uns die bonus gasthauseinheiten nicht dass ich sie brauche aber haben oder nicht haben so das geht alles weiter nach vorne soweit dieser geht genau gut die könnten hier ausgerüstet werden sehr schön der auch der auch der auch das alles kann da hoch das kann da rüber das kann da rüber das kann da rüber das kann da hin das bleibt ah ja voll dann schiebt man es halt irgendwie so lang ist auch egal passt 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 einfach schieben und schubsen ein bisschen rotieren hier zack 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 gut speichern das hat so lange gedauert das will ich nicht noch mehr machen müssen speichern so also Aragorn rennt mit seiner unbesiegbaren armee da rein nicht schlecht dann haben wir Boromir der geht hier hin damit er safe steht der greift da an der geht da hin der geht dort hin so hier ist riskant hier könnte ich wirklich sagen hier könnte es sein dass ich noch mal kämpfen muss deswegen gefällt es mir nicht die ganzen truppen da rüber gepackt zu haben das ist nicht gut das ist einfach nicht gut so ist besser ne ich bin am rotieren ein bisschen langsam aktuell am nach rotieren das finde ich schade kann ich gerade aber nicht ändern kann ich irgendwas davon da rüber packen nein kam wahrscheinlich von hier na gut ähm das braucht einfach ok ja ne also so gewinnst du das nicht ne bestimmt nicht das wird interessant das ist easy das ist easy ok dann machen wir jetzt erstmal dieses easy weil das ist wirklich einfach das geschenkt auch wenn die map zum kotzen ist ich mag die hügel hügel gräber hüllis nicht so wirklich das muss einfach nicht sein das ist einfach nicht mehr so ganz kurz so 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 die map ist gar nicht so kacke das geht schon so oder oder ist sie kacke ich weiß es nicht doch das ist die hügel ja ja das ist die ja ja gut holen wir uns jetzt hier noch alle fähigkeiten die wir bekommen alles perfekt der kann sich ja mal beeilen das können wir noch machen das ging aber schnell normal dauert das immer besser das so das geht immer noch nicht was ein blöder bug so die grab unhüllis sind egal das ist auch egal ich will nämlich bloß da rein da wo der gegner ist genau genau und bumm dann kannst du das machen blub 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 der verbrennt sehr schön so solange er jetzt nicht stirbt ist gut wenn er stirbt ist schlecht aber der überlebt ja schon oder wird hot wir müssen uns erheben so das da genau da 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 Daaaah Haaaaaah Ha 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 So. Ja viel hält dann nicht aus. Nur 4000 Gesundheit. Aber seine Rüstung ist halt ziemlich Banane. Was? Oh wow. Das ist aber nicht nett. Okay. Wir müssen bereit sein. Oh nein 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 nein. Ha 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 ha. Oh nein 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 nein. So machen wir das ja gleich gar nicht. Dass er da kurz vor Ende noch stirbt. Hallo? Nee danke. Verzichte. Also. He he he. Eee. Nein. So. Passt. Dann. Speichern. 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 Eee. 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 Eee jetzt, wo ich es soweit geschafft habe. Und da überlege ich mir gerade ernsthaft, hey, wäre es nicht doch mit 50% Schwierigkeit, Schwierigkeitsbonus für die KI machbar gewesen? Also riesen Fail, das zu denken, aber es ist ein Gedanke, den ich habe. Na ja. Na also. So. Na komm, draufschießen. Macht alles kaputt. So, wenn es an die Festung geht, dann ruhmreicher Angriff. So. Jetzt sind alle, alle verstärkt. Jo. So. Gut. Passt. Wir brauchen einen Baumeister. Werkzeug bereit. Wo sollen wir bauen? Wir müssen woanders bauen. Ja, ja. Da, 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 da. Piu, 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 piu. Und tot. Na. Abknallen. So. Krass. Pferde in den Bergen gewinnen gegen eine Festung. Das ist so, was? Aber okay. Okay, gut, gut, gut. So, fertig. Speichern. Und dann das da, das wird auch easy. Ich habe halt jetzt ausgerüstete Truppen. Oh, zwei Helden. Ja, habe ich aber auch. Alles fast Stufe 5. Was richtig krass ist. Weiß nicht, wie er das schaffen will. Ruudaurl müsste das sein, ne? Ziemlich heftig. So. so nehmen wir mal wieder alles mit nur für den fall der fälle so banner können wir bauen das können wir bauen wir ein paar türmchen hin einfach wenn wir es können wir haben ihn nie besessen sehr schön so jetzt haben wir da fahnen ja könnte ich kann ihn aber auch ignorieren oder der fahrer hier auf seinem pferd nimmt er schnell ein angreifen ich habe ihr jetzt angegangen schafft nicht das oder sterben nicht aber du bitte nicht da rein reiten danke also so dumm müssen wir grad nicht sein so oh das ist nicht gut die will ich eigentlich nicht verlieren ok müsste passen haben wir es ja 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 so klar die laufen jetzt ist egal passt schon so aha ah ja gut sehr interessant gut sollte passen na bumm ach so ihr wollt es da plötzlich nicht mehr ok dann bauen wir halt ein neues hin so gut, durch die Führerschaft kommt er eh kaum durch so, der Baumeister sollte eigentlich sterben genau so gut ja, irgendwo bauen wir halt Stuff ne, so genau bum 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 selbst wenn ich jetzt hier ein paar Truppen verlieren sollte, ist es irrelevant, weil ich habe so viel im Hinterland, wo ich nachziehen kann, das ist wirklich egal okay gut, so, mal schauen ob ich Verluste erlitten habe aber selbst wenn ist es nicht schlimm, weil wenn ich neue Truppen hinzufüge, kann ich die instant auf Level 3 hoch boosten dann ist das auch geworfen, ah ich darf das nicht behalten sehr interessant aha okay, whatever das ist ja seltsam ich habe nichts ausgebildet und trotzdem, hä? ok, strange na gut gut heyo there, thank you for watching! if you'd like to support me, simply hit the thumbs up button! do you have any wishes, feedback or suggestions, put them into the comments below! you may also subscribe if you're new to the channel! i wish you a wonderful and stress-free day, take care, bye bye! i wish you a great day, take care, bye bye! i wish you a great day, take care, bye bye! i wish you a great day, take care, bye bye! you